So, wir befinden uns im Secret Level. Okay, und wir haben hier erstmal ein paar Gegner. Kein Problem, aber für uns. Hier kommen sie jetzt zuerst einmal in Massen. Aber die können gerne kommen. Ich habe kein Problem. Kein Problem mit denen. Ich kann von euch ganz schön viele zerhauen. So ist ja nicht... Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, in einem von dem Ding war vielleicht sogar ein... Secret, oder? Nee. Nee. Hier ist nur Leben drin. Das können wir uns merken. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, nice. Gibt es auf der anderen Seite auch. Oh ja. Gegen hier sehr viel Munition. Ähm. Komm, schauen wir mal richtig rein. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Alter Vater, ging das jetzt ab. So, ganz viel Devastator Munition holen. Boah. Da dürfen wir nicht reinwenden. Boah. 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 aufgeräumt. Auf der anderen Seite zumindest. Und da ist ein... Da ist ein Typ. Hier könnte man gehen, aber wir waren ja noch nicht überall, glaube ich. Eine Stelle müsste es noch geben. Hier haben wir auch noch ein bisschen Munition. Wunderbar. Ja, ja, ja. Jetzt wollen wir uns aber alle tun. Wir kommen echt. Alle zusammen. Und glauben, Teamarbeit hilft ihnen. Ekel tun. Ich meine, ich bewundere ja euren Einsatz eure Fähigkeit, Neues auszuprobieren, aber gegen den Duke klappt sowas nicht. So, wo seid ihr? Eiei, ei, ei. Seid nicht gerade wenige. Ich kriege euch alle mit der Schotenflinte. Da liegt noch so viel Munition. Und war's das? Oder sind da noch welche? Ich hör euch doch noch. Wunderbar, dann suchen wir mal noch den, äh... Ort hier komplett nach Schotenflinten-Munition ab. Mal überall noch mal kurz rein spicken. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwo... Ne, hier haben wir noch einen Schrinker-Dingens. Haben wir hier vielleicht noch irgendwelche Munition für die Schotenflinte? Nö. Okay, dann gehen wir noch mal da hin. Ah ja, wunderbar. Jetzt ist die ja schon fast wieder voll. Ah, guckt mal. Hier. Sonst nix mehr, nö. Dann können wir ja jetzt, äh... aus dem Level verschwinden. Wunderbar. So sieht doch ein Statscreen aus. Alles gekillt, alles gefunden. Perfekt. Dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.